Hallo Leute, wie kann man sowas erklären? Okay, ganz ruhig. Also, ich lese euch mal vor, was ich gerade gelesen habe, als ich auf meine YouTube-Seite gekommen bin. Achtung, wir haben Urheberrechtsbeschwerden in Bezug auf von dir gepostetes Material erhalten. Von German Let's Fail bezüglich Erläuterung, was hat mich persönlich an GLFs Japan-Video gestört. Lesche LP. Hinweis, wiederholte Fälle von Urheberrechtsverletzungen führen zur Löschung deines Kontos und aller Videos, die du hochgeladen hast. Entferne alle Videos, für die du nicht die erforderlichen Rechte besitzt und lade keine Videos mehr hoch, die die Urheberrechte anderer verletzen. Okay. Viel mehr muss ich dazu ja nicht sagen, oder? Ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und, ähm, ja. Ne? Ich glaube, das ist Beweis genug. Hahaha.